Herzlich Willkommen! Hallo und herzlich Willkommen bei der D-Schule. Heute ist ein Tag vor Allerheiligen. Heute ist der 31. Oktober. Heute ist Halloween. Halloween wurde ursprünglich nur in den katholisch gebliebenen Gebieten der britischen Inseln gefeiert. Vor allem in Irland. Im 19. Jahrhundert ging der Brauch mit den irischen Auswanderern auch in die USA über. Halloween feiert man heute auch in unseren Breitengraden. Wisst ihr überhaupt, weshalb wir Kürbisse mit Licht aufstellen? Ihre Geschichte beruht auf einer irischen Sage. Der Bösewicht Jack Oldfield habe dazu mal den Teufel gefangen genommen und wollte diesen erst wieder freilassen, wenn er ihm verspreche, ihm nicht mehr in die Quere zu kommen. Nachdem Jack Oldfield gestorben war, kam er weder in den Himmel noch in die Hölle. Für den Himmel war er zu böse und in der Hölle hauste der Teufel. Der Teufel erbarmte sich und schenkte Jack Oldfield einen Kürbis mit einer glühenden Kohle drin. Diese solle ihm den Weg im Dunkeln erleuchten. Yeet議員 Laug Darin letzten Woche in der Hölle , ull